Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der achten Etappe des Saarland Rundwanderwegs. Start ist Gehweiler und Ziel ist Schwarzenbach. Wenn ihr wissen wollt, wie diese 20 Kilometer lange Tour so ist, dann bleibt dran. Ei hallo, guten Morgen, heute kommen wir ins Sankt Wendler Land. Guten Morgen. Musik Das war's für heute. 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 Highlights dieser Tour waren die Talsperre Nonnweiler sowie der Keltenring Otzenhausen. Das hat uns richtig gut gefallen. Daumen hoch dafür. Wenn euch diese Wanderung auch gefallen hat, würden wir uns über Kommentare sowie über einen Daumen hoch sehr freuen. Also, bis dann. Tschau, 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 bis nächste Woche. Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau, tschau. Tschau, 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 tschau. Tschau, 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 tschau. Untertitelung des ZDF, 2020